Ich komm mit Haschplatten aus der dritten Welt an, früher Ticker, ein Viertel, ich mach ein Kilo aus dem Gramm, bin schon lang am verpacken, Habibi guck ich bleib dran, denn der Block hat uns beigebracht, hab es... Alter, so geht man mit Power in einen Track rein, so geht man rein, Alter. Barsdinger, geil Mann, Alter. Da hab ich so das Gefühl, dass er einfach aus dem Nichts kam und alles an sich gerissen hat. Heftig, Digga. Und dann danach Woche für Woche am Abliefern, jedes Mal wenn ein Track raushaut, man weiß, okay wird Banger. Der ist auch heftig, der ist krass, der Typ einfach. Geh rauf, mach schnapp, mein Block hat Gift, mein Block hat Saft. Mein Block ist heiß, mein Block sitzt ab, verpack am Tag, vergift bei Nacht. Wir bauen uns auf mit Haram, zu viele müssen die Träume mit Blaulicht bezahlen. Schon als Kind laufen wir hier dem Teufel in Arm, mit dem Alter wird die Scheiße normal. Wir bauen uns auf mit Haram, zu viele müssen die Träume mit Blaulicht bezahlen. Schon als Kind laufen wir hier... Man muss doch sagen, featuremäßig war Omar auch nicht so viel unterwegs, glaub ich. Das haben wir auch damals schon gesagt, er macht immer alles alleine, alleine und so, hast halt alleine durch. Ich kann mich jetzt grad nicht direkt erinnern, wann das letzte Feature mal war. Aber krass, können wir gespannt sein auf jeden Fall. Das wäre auch geil, ihn mal auf so einem großen Future zu hören, so ne? Ja, natürlich. Im Video hat man ihn ab und zu mal gesehen bei dem einen oder anderen Rapper. Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Teufel in Arm, mit dem Alter wird die Scheiße normal. Organisiert, strukturiert, durchgeplant. Kanacken bauen sich auf, bekommen Größenwahn. Aus Kramsheim macht man Aschra. Junge, unsere Straßen sind auf Hyruinen und Haschra, Ewa. Kein Gebappel. Das haben viele in letzter Zeit, ne? Hier am Abend was kaputt, Digga. Kapi hat das auch mal gehabt in der Zeit. Ja, Kapi hat das ständig. Hä? Wo kommt das, Digga? Macht man irgendwas Bestimmtes damit oder was macht man damit? Ich weiß nicht, was ist das unterhand, Digga? Du hast gut gemacht so ein bisschen mit diesen Hin- und Herspielen und so, ne? Ja, das war ganz gut gemacht auf jeden Fall. Wir bauen uns auf mit Haram, zu viele müssen die Träume mit Blaulicht bezahlen. Schon als Kind laufen wir hier dem Teufel in Arm, mit dem Alter wird die Scheiße normal. Wir bauen uns auf mit Haram, zu viele müssen die Träume mit Blaulicht bezahlen. Schon als Kind laufen wir hier dem Teufel in Arm, mit dem Alter wird die Scheiße normal. Ja, das ist geil, Digga. Ich hab ihn dann abgerissen. Boala Momad bietet auch immer so ganz kurze Tracks, aber dann mit richtig viel Power ab. Dann reißt du auch ab, Digga, natürlich. Baba. Und tausendmal fiel ich zu Boden, Bruder, aber einmal mehr stand ich wieder auf. Geboren um zu verlieren, doch ging als Sieger raus. Beide Mittelfinger oben, spuck dem Schicksal ins Gesicht. Kam von unten hoch, aus dem Dunkeln an das Licht. Immer noch der Hunger in Person, kam von Kummer und kein Lohn, will sie bunkern die Millionen. Ich hab viel Scheiß gefressen, geh ans Mic und spuck es wieder aus. Besuch'n wieder Blutrot, Haar von dem Rifa Rauch. Auf Wiedersehen.